Wir sind im Rio beim Press Your Luck, haben wir den Bonus gehittet auf 2,25$ 1 Cent enorm. Press Play to Stop, los geht's. Okay, wir müssen jetzt das gesamte Board füllen, um die Wemmys zu aktivieren. Okay, los. Meiner, den haben wir geholt. 21, 51$. Weiter geht's. Extra Spin. Extra Spin. Oh, auch nochmal Geld. Drei Stück brauchen wir noch. Um die anderen feinzuschalten. Oh, wieder ein 30er. Last Spin. Leider nicht. Oh, super. 68,01. Sehr schön. Wenn es was Neues gibt, melde ich mich. Warte. Oh, das trinkt auf der Welle. Big Win. Vielleicht schaffen wir ja das Schweinchen zu zerstören. Machen wir noch ein bisschen Lifetay. Und? Nein, hat er überlebt. Drei Dollar zahlen die Sieben nach. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Bye-bye. Wir haben die Maschine gewechselt. Buffalo Gold. Auf 1 Cent, 1,80$. Acht Freispiele. Schauen wir mal, was kommt. Verlängerung. Leider nicht. Nochmal drei. 24. Schön. Verlängerung. Ah, wir brauchen eine Verlängerung. Ein noch. Die Büffel nützen nichts, wenn wir nicht verlängern. Ein noch. Oh, Chance zur Verlängerung. Immer da, immer da. Kommt nicht. Letzte schon. Keine Verlängerung. 28,50$. Machen wir noch ein paar Lifespins. Und direkt hinein. Back to back. Rein. Jawohl. Live drin. Noch ein. Vier. Sauber, weil wir belieben. Vier. Wir sind drin geblieben. 15 Fallspiele. Wir brauchen trotzdem Verlängerung. Wir brauchen nie verlängern. Verlängerung. Ah, bis jetzt noch nichts. Verlängern. Jawohl, da ist die. Noch ein, noch ein, noch ein. Den dritten. Komm rein, den dritten. Einer geht noch. Oh, leider nicht. Wir brauchen die Verlängerung. Wir brauchen die Verlängerung. weiter, weiter, weiter. Wir brauchen Münzen, 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 Münzen. Ah, die Verlängerung kommt nicht. Schwierig jetzt. Jetzt wird es schwierig. Wieder Chance gewesen. noch mal ein Zehner. Wir brauchen die Verlängerung. Auf 분zen. Zurück. Wir brauchen die Verlängerung. Wir brauchen die Verlängerung. Wir brauchen die Verlängerung. kostenloses Abo da, ein Like und einen Kommentar, würde ich mich darüber freuen und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann drückt die Glocke. Bye, bye. Ciao.